Ich finde die Mischung vom Programm sehr spannend. Mittlerweile ist heute alles ein IT-Thema. Ich glaube auch, dass es nicht die Frage ist, was. Es ist dann eher die Frage, wie tut man es. Das alles hier in der grünen Steiermark. Wenn man hier wirklich mit Leuten zusammenkommt, die etwas zu sagen haben, die eine Message haben, die sich auch nicht zu blöd sind zu sagen, wenn man etwas nicht geklappt hat, dann macht das genau so eine Veranstaltung aus. Das ist ein großer Teil der Atmosphäre an sich. Ich glaube, das ist dieses Atmen, dieses wirklich frei sich über Dinge austauschen können. Die Zeit der Frontalveranstaltung ist vorbei. Man muss den Besuchern einfach neue Möglichkeiten bieten zur Interaktion. Es findet ganz eine andere Kultur, ganz anderes Feeling statt. Das finde ich spannend.